Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Und wie man die Titel der Folge entnehmen kann, geht es heute um die Lazy Farming Taktik. Und zwar, die geht, also die besteht aus, also ich habe die jetzt mal so gemacht, das soll ungefähr 12 Riesen, würde ich empfehlen mitzunehmen. 6 Mauerbrecher, das ist Standard und die Barbaren, Goblins und Bogenschüssen kann man variieren, aber ich habe die jetzt so gemacht. 55 Barbar, 42 Goblins Level 5 und 51 Barches, ey, ich bin auch so behindert, 51 Archers, also Bogenschützen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, da ich gerade zwei Kasernen upgrade. Ich habe heute auch einen Tesla auf 6 gestartet, 10 Tage dauert das Ding, das ist schon echt extrem. Aber bevor wir jetzt angreifen, möchte ich euch erstmal so ein paar Neuheiten des Updates zeigen. Das Update wird ja jetzt demnächst kommen. Die Neuheiten sind halt, dass, ähm, das Weihnachtsdesign, was war die andere Neuheit, dass die Mauern, das finde ich echt scheiße. Man kann die Mauern nur noch ab Level 9 mit Elixier upgraden, also das wird jetzt wieder rausgenommen. Das finde ich echt kacke. Eine neue Sache ist auch, dass man ab Pratus Level 7 schon den Bohrer bekommt, nicht mehr ab 8. Und ab Pratus Level 8 bekommt man schon den zweiten Bohrer. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass auch die Kapazität der Bohrer gestiegen ist. Und ich werde euch jetzt einen kleinen Sneak Peek zeigen von der anderen neuen Sache. Hier ist auch schon das erste Sneak Peek. Okay. Ja, ich habe heute so einen Knoten drinne. Und zwar, die Bogenschützentürme werden jetzt zweimal schneller schießen, aber die Schüsse haben dann auch weniger Schaden. Also macht es keinen Unterschied. Also die werden schneller schießen, aber das Schaden wird halbiert. Also macht es überhaupt keinen Unterschied. Also das ist irgendwie unnötig für ein Supercell. Aber machen wir denen keinen Vorwurf. Und hier ist auch schon das zweite Sneak Peek. Und zwar, es wird jetzt Goldminen und Elixiersammler auf Level 12 geben. Das finde ich eigentlich relativ gut. Ich schätze mal, dass die dann so 500 mehr pro Stunde machen oder 1000. Also eins von beiden. 4000 pro Stunde wäre schon echt nice. Ich frage mich, wie viel die kosten. Wahrscheinlich um die 300. Ich schätze 376.000 wird eine Kosten abzugraden. Auf 10 hat die ja glaube ich 168.000 gekostet. Aber eine neue Sache mit dem Update, das finde ich schon okay. Also jetzt eine neue Sache, die man auch wirklich gebrauchen kann. Und ich würde mal sagen, jetzt war es das mit News. Und ich werde mir jetzt einen Gegner raussuchen. Bis gleich. Jo, den nehmen wir. Was machen wir als erstes? Wir schicken die Riesen vor. Wo schicken wir die Besten vor? Das meiste ist ja die Minen und Zammler. Egal. Hier als Tank. Ein paar Mauerbrecher. Alle Riesen einfach hinterher. Mal gucken, wie viel die erreichen. Boah, die Mauerbrecher sind schon wieder weg, ey. Hier ein paar Goblins. Ich hätte die Riesen anders setzen sollen jetzt ohne Mist. Na ja, was soll's. Hier ein paar Baban. Hier ein paar Bogenschützen. Hier auch ein paar Bogenschützen. Ein bisschen verteilen. Ja, das... Alter, ich scheiß schon wieder so rein, ey. Ich kann wirklich nur mit Bartsch angreifen ohne Mist jetzt. Oh Gott, hab ich reingeschissen, ey. Immer wenn ich eine neue Taktik vorstellen will, ist mir aufgefallen. Verscheißig, aber sowas von. Egal, ich hab ja noch die Helden. Und meine Queen ist jetzt auf 5. Und die Fähigkeit... Naja, auf 5 ist sie noch nicht so prickelnd, aber auf 40. Da ist sie geil, aber bis dahin bräu' ich noch ein bisschen. Ja, schicken jetzt die, ähm... Bogenschützenkönigin hinterher. Fähigkeit des Barbarenkönigs zünden. Der dient jetzt so als Tank, während die Bogenschützenkönigin im Hintergrund ein bisschen aufräumt. Würde ich mal sagen. Ja, die haben den dunklen Bohrer bekommen. Zünden mir noch die Fähigkeit und brechen den Kampf auch ab. Damit die, äh, Königin nicht so ganz Schaden nimmt. Normalerweise klappt die Taktik besser, wenn man einen Zauber dabei hat. Aber Zauber sind immer optional. Also optional, man muss sie nicht mitnehmen. Aber es wär schon besser. Ja, jetzt produziere ich mal wieder meine alte Taktik vor Bartsch. Ja, ich hab nur zwei Kasernen frei. Das ist etwas sehr beschissen. Aber auf jeden Fall, wenn ich euch einen Tipp geben würde. Gradet eure Mauern, wenn ihr noch nicht alle auf 9 habt. Jetzt mit Elixier ab. Also jetzt in der letzten Zeit muss man es wirklich genießen. Ich weiß nicht, wieso Supercell das rausnimmt. Das ist echt... Ja, damit mehr gespielt wird und wahrscheinlich mehr Juwelen gekauft werden. Okay, ich würde mal sagen, das war's dann noch mit der heutigen Folge. Ciao.